Wer wissen will, muss auch staunen können. Über all das, was es zu wissen gibt, zu entdecken gibt, zu fühlen gibt. Will ich das große Ganze verstehen oder das Detail? Bereitet Wissen auch Vergnügen? Oder brauche ich Wissen am Vergnügen? Was ich alles wissen will, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich es wissen will. In Vechta gibt es eine Burg, ein paar Gefängnisse, ein Museum, ein Haus im Moor und natürlich Grün. Viel Grün. Noch mehr Grün? Jede Menge. Warum machen wir diesen Film? Wir wollen, dass du weißt, dass es in Vechta nicht nur viel Grün, sondern auch eine Uni gibt. Egal, für welchen Weg wir uns entscheiden, welches Leben wir auch später leben. Immer wieder suchen wir den Sinn in unserem Leben. Unsere Bestimmung. Wie bringe ich mein Wesen zur Entfaltung? Wie schöpfe ich meine Talente, meine Möglichkeiten aus? Wie kann ich mich verwirklichen? Wer passt in meine WG? Dafür brauchen wir einen Ort, an dem wir uns entfalten können. Ich will eigene Entscheidungen treffen und trotzdem jemanden hinter mir haben. Ich suche die Herausforderung in der Theorie und brauche die Praxis. Ich studiere und ich arbeite. Ich bin alles. 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 Vielen Dank.